Ja, sagte der Beidegel und auch war der Einsteigerplatz. Sacker Barth, der vorhin war die Stadtezeit der Kuh. Ich zeige zunächst mal an Jenny Eberts vorbei, ist er auf der besseren Linie und übernimmt die Führung der Barth mit der Startnummer 93. Jenny Eberts auf der zweiten Position, Platz 93, dann der Darn-Borstitz mit der Startnummer 46. Und schon weit nach vorne gefahren, das ist mit der Startnummer 26. Sven Raubbisch und der geht jetzt unten aufs Dach. Scharia, Rote Flagge, Rennerbruch, hier. Da hat er sich ausgehebelt. Hallo, das war Frühstatt, seht ihr das? War Frühstatt? Ja, 32, da ist vorhin noch viel getrunken. Was war denn, äh... Rudi, hat er das nicht gesehen? Kannst du mir fast nicht vorstellen. Wenn ich nicht, brauche ich ihn mal schon. So, die Kurve war ja jetzt mal okay. Und in der Inführung liegt dann der Sascha Baden, dahinter dann Jenny Eberts auf der dritten Position. Mit 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 der dritten Position. Ich bin natürlich auch weit nach außen. Aber übernimmt zunächst mal die zweite Position. Der Mann hat mit der Startnummer 32. Das ist der Stadterbahn, David Wolken, der liebste. Lieber hat sich jetzt auf den Weg zurückgefallen auf Platz 3. Das ist Jill Weiss mit der Startnummer 32. Kaputt. Oh, wieder. Mensch, ja. Don't copy on this. David ist ja da. Ihr müsst wieder. Ich muss die Hand-��고 narrıyorum. Jetzt kommt das dann auch schon wieder. Ja, 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 ja. Auf, 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 auf. Mann, mal, 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 mal. Gut. Gut. Das ist jetzt zwei Stunden am Fahrrad. Ja, schade, da wird jetzt... Wie ist das jetzt? Die Jenny Jemals? Ja, die Jenny Jemals ist der Dachnummer Heidetreich. Wird langsam, fällt aus. Schade für Sie. Das frühe Haus, also hier, finde ich Dachnummer Heidetreich. An der Spitze. Unverändert Sascha Barnes. Nur David Kronzels. Aber, da gibt jetzt der Schildweiß vorbei. Gelb geschwenkt. Ne, da hat man gelb geschwenkt überholt. Achso. Brutti, hast du gesehen? Gelb geschwenkt überholt. Die 32. Da oben, da oben hat man überholt. Hä? Ne. Peter, läuft der Hindernis? Hä? Läuft der Hindernis? Ja, aber die vorne hat an der Bahnhof. Bein, vielleicht könnte das nicht so machen. Achso. Okay. 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 Du gehst mit der Tiefe. Ich fahre mal einfach rein. Ich bin auch gar nichts gefressen. Okay. Lang so gehen. Vielen Dank.